Nächste Klatsche für die Ampelregierung. Ein ehemaliger Verfassungsrichter zerlegt jetzt ihre ganze Diskussion rund um die Zurückweisungen an der deutschen Grenze. Und wir machen heute mal einen kleinen Exkurs in die geltenden Gesetze dieses Landes, damit ihr in der nächsten Diskussion mit jemandem, der hier alle wieder hereinlassen möchte, ihm einfach mal sagen könnt, dass er, wenn er das weiter fordert, was die ganze Zeit praktiziert wurde, eigentlich geltendes Recht gebeugt wird. Ja, nichts anderes ist es. Aber damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Viele reden inzwischen über die Zurückweisungen an der Grenze, ohne überhaupt dabei mit auf die Idee zu kommen, dass die gesamte Politik der AfD genau darauf beruht hat die letzten neun Jahre. Man hat diesen Kampf gegen Merkels Grenzöffnung wirklich vom tiefsten innersten Herzen geführt und im Moment ist die ganze CDU umgefallen. Alle halten es für selbstverständlich, dass wir zurückweisen an der deutschen Grenze. Dafür hat die AfD jahrelang im Deutschen Bundestag immer wieder sich übelste Beleidigungen anhören müssen. Dafür, dass man damals 2017 beim Einzug in den Bundestag, 2018, 2019, in jedem Jahr hat man den Antrag gestellt, dass man Dublin 3 an deutschen Grenzen wieder anwendet und dass man das Grundgesetz und das Asylgesetz auch einfach an der deutschen Grenze wieder anwendet. Alle fragen sich inzwischen, was sie so lange prüfen müssen für Zurückweisungen an der Grenze. Irene Mihalic von den Grünen erklärt uns, dass das nicht geht und dass man da dann wieder prüfen muss. Und da sage ich nur, Leute, ihr wollt nicht nur uns verarschen, ihr verarscht euch vor allem auch selbst. Es ist hier relativ eindeutig. Und wir haben auch einen Verfassungsrichter, einen ehemaligen aus Karlsruhe, der hier ganz klipp und klar sagt, es geht nicht juristisch darum, ob wir zurückweisen können oder nicht. Das ist eindeutig. Es geht politisch darum, ob man die eigene Ideologie endlich mal hinten anstellen kann. Bei den Grünen sieht es nicht danach aus. Aber damit ihr in der nächsten Diskussion auch nochmal immer die passenden Gesetze zur Hand habt, § 16a des Grundgesetzes, politisch Verfolgte genießen Asyl. Wohlgemerkt politisch Verfolgte, nicht wirtschaftlich Verfolgte. Und auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedsstaat der europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist. Das ist eindeutig. Das heißt, wenn jemand politisch Verfolgter ist und reist über eine der Landgrenzen mit unseren EU-Nachbarstaaten ein, ist ihm die Einreise zu verweigern. Wenn man das nicht macht und wenn man ihm die Einreise gestattet, bricht man damit das Grundgesetz. Damit kennen sich die Ampelpolitiker bestens aus mit dem Brechen von unseren Gesetzen. Also Karlsruhe muss ja inzwischen extra Stunden arbeiten, um den ganzen Pfusch der Ampelregierung dann auch immer zeitnah Einhalt gebieten zu können. Viele sagen dann, ja, aber hier und da, Asyl und da. Ja, okay, wir kommen hier auf den Kern der Aussage zurück. Die wenigsten, wirklich die wenigsten, sind weniger als 5% pro Jahr, kommen über Artikel 16a Grundgesetz. Die wenigsten sind politisch Verfolgte. Die meisten sind Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und hier ist dann am Ende auch das Asylgesetz im Ganzen anzuwenden. Und hier heißt es dann zum Beispiel in Paragraf 18, wenn jemand ein Asylgesuch stellt, ist er sofort an die nächste Erstaufnahmeeinrichtung zu überstellen von der Polizei, damit das Ganze geprüft werden kann. Aber zweitens, dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist. Punkt. Da steht auch dem Ausländer, nicht dem Flüchtling, nicht dem Asylbewerber, nicht dem Schutzsuchenden, sondern dem Ausländer. Generell ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist und hier ein Asylgesuch stellen will. Das ist, Frau Mihalic, eine Klatsche, sondern dergleichen. Sie behaupten immer, wenn jemand an unserer Grenze steht, obwohl es die Grenze zu einem sicheren Drittstaat ist und er Asyl sagt, dann müssen wir das prüfen, das hätte die Rechtsprechung gesagt. Leute, da steht klipp und klar, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist, ist er an der Einreise zu hindern. Weiter steht hier, wenn hier Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Sie haben es also doppelt reingeschrieben. Nicht nur, wenn in einem anderen Mitgliedstaat ein Asylverfahren schon anhängig ist, ist ihm die Einreise zu verweigern. Generell, wenn er aus einem anderen Drittstaat kommt, ist ihm die Einreise zu verweigern. Und das lassen sie immer weg. Ja, das wollen sie uns nicht erzählen. Und das Gesetz verweist hier auf 26a Asylgesetz. Für die sicheren Drittstaaten können wir ganz kurz reinschauen. Da stehen einfach nur drin, alle EU-Staaten sind per se erstmal sichere Drittstaaten. Und es gibt noch eine Liste weiterer. Und das ist die geltende Rechtslage. Und wenn wir einfach nur geltendes Recht anwenden, kommen diese Leute hier alle nicht rein. Und was macht die Ampelregierung? Sie brechen geltendes Recht in Fortsetzung von Frau Merkel. Die hat damit angefangen. Und alle diskutieren darüber, ob es rechtlich möglich ist, geltendes Recht wieder anzuwenden. Sie merken gar nicht, was für einen geistigen Dünnschiss sie da fabrizieren. Und die Grünen, bitte macht weiter so. Bitte macht weiter so mit Frau Lang und Frau Mihalic. Das Projekt unter 5%. Es ist sozusagen gestartet. Ihr dürft jetzt, also ihr müsst euch das mal im Kopf zergehen lassen. Das alles, was wir hatten, auch diese Seehofer-Politik gegen Merkel, diesen Aufstand 2018 im Sommer, was da alles gelaufen ist, ja. Alles ist jetzt quasi über einen Haufen geschmissen worden von der CDU. Die CDU sagt, klar, wir wenden hier geltendes Recht an. Wir machen die Grenze zu. Wir haben endlich verstanden, dass wir einen großen, großen Fehler gemacht haben. Beziehungsweise sie hatten nicht mehr die Macht über ihre eigene Partei. Ob das dann mit dem, wie ihr immer sagt, BlackRocker-März. Ich sage Transatlantiker. BlackRocker ist, da fehlen viel zu viele Aspekte. Die Zurückweisungen an der Grenze von einem Transatlantiker. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Aber der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes aus Karlsruhe, Hans-Jürgen Papier. Er war von 2002 bis 2010 der Präsident eben des Bundesverfassungsgerichtes. Er sagt hier, Zitat, Zurückweisungen sind sogar geboten. Nach Paragraf 18 des Asylgesetzes ist Personen, die aus sicheren Drittstaaten einreisen, die Einreise zu verweigern. Er sagt ganz klar, man muss nur zu geltendem Recht zurückkehren. Zitat weiter. So viele klatschen. Ich weiß nicht, wie lange sie noch warten wollen, bis sie endlich es kapieren. Jetzt wird schon gefordert, dass Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz gegenüber den Grünen ziehen soll. Friedrich Merz will am Ende, wenn man jetzt alle Aussagen, die er getätigt hat, zugrunde legt, Eigentlich will er nur, dass die Ampel das Thema Migration vom Teller holt, damit der nächste Bundestagswahlkampf, wenn er denn nächstes Jahr stattfindet, nicht mit diesem Thema belastet ist. Denn wenn er mit diesem Thema belastet ist, dann wird es hässlich und so weiter und so fort. Ein ganz perfides Spiel am Ende von jedem Einzelnen. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht und vor allem, wie die Wähler in Brandenburg das jetzt quittieren, ob sie es geschnallt haben, dass wenn man BSW oder CDU wählt im Moment, dass es da immer noch nicht genug gibt, die wach geworden sind. Das Spannende ist, wenn wir jetzt in Thüringen, also wir sehen Umfragen, wir könnten, ich habe Thüringen gesagt, ich meinte Brandenburg. In Brandenburg sehen wir Umfragen für den 22.09., dass wir jetzt Verschiebungen sehen. Das BSW geht wieder runter etwas, das CDU geht etwas runter und wir hatten in den Umfragen schon mal 34%. Wenn man die ganzen Sonstigen abzieht, könnte man in Brandenburg den Landtag regieren, also mit seiner eigenen Mehrheit ab 38, 39% Wähler stimmen, je nachdem, wie viele Sonstige beteiligt sind oder rausfliegen. Das hat im Moment niemand auf dem Schirm, weil sie offiziell bei 27% stehen, aber es sind nur 14 Tage Zeit. Das wird spannend. Ich bin auch gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, kommentiere dieses Video. Ansonsten kann ich nur noch mal empfehlen, auswandern mit Kopf, wenn du die Schnauze voll hast von Europa oder nur von Deutschland. Schau mal da vorbei, da gibt es vielleicht ein paar Tipps, die dich interessieren können. Und damit, ciao, bis bald.